Und investiere in Wut, dann investierst du gut. Guten Tag meine lieben Damen und Herren, hier ist der Guzua wieder mit einer Folge COC. Ihr habt ja geschrieben, oh komm komm komm, häng dich jetzt nicht so mit Pokémon GO fest. Doch, mache ich natürlich auch, spiele ich natürlich auch noch ein bisschen. Aber, ja, COC muss natürlich auch kommen, ganz klare Sache. So, da sind wir. Und ich habe jetzt mit Minern ein bisschen hin und her geschaut. Und habe gerade das letzte Video von Gnadenlos COC gesehen, wo der Sky mit den Minern angreift. Richtig, richtig geil, dass er halt wirklich erst komplett cleart bis zum Townhall. Und dann halt wirklich die Miner losschickt und die dann zum Townhall reinjacken. Mega, mega awesome auf jeden Fall. Richtig, richtig geiler Shit. Und zwar ist der Hofi wieder dabei, der Clash King Hofi. Viele werden ihn, denke ich mal, noch kennen. Hat ordentlich gespendet bekommen, weil er halt noch im Aufbau ist. Ja, wie gesagt, viele werden ihn noch kennen. Guckt einfach mal Clash King Hofi den Account an, beziehungsweise den YouTube-Account. Und guckt dann mal auf die letzten oder beziehungsweise auf die früheren Videos. Er hat sich ja dann mehr mit Rival Kingdoms beschäftigt. Aber der Typ ist das, der wieder angefangen hat. Und da kam dann auch, ich hatte mich mit Heike unterhalten von Gnadenlos. Und er sagte halt auch, ja, du, wenn da wieder was am Start ist, sag uns Bescheid. Wir sind ja eine Familie da. Da ist das ja in der Gnadenlos-Familie richtig hart mit dem Zusammenhalt da. Und er sagte, ey, komm, gar kein Thema, komm, gerne, darf, Hofi dann auch wieder zu uns. So, aber genug darüber gequatscht. Wir haben, beziehungsweise ich habe es ja im letzten Video ein bisschen angedeutet. Ich habe ja mittlerweile die Bowler auf zwei. Ich muss aber gestehen, ich hätte es mir noch krasser vorgestellt. Ja, ist okay. Wir wollen es mal einfach probieren. Ich habe natürlich da den Nachteil, dass man halt wirklich das Dunkle richtig, richtig, richtig schnell los wird. Ganz klar. Aber so ist das Nummer. Nebenbei könnte man jetzt auch einfach mal das Gold ein bisschen verballern. Ja, ich habe das mit... Genau, wir gucken auch nebenbei einfach mal. Hier, Angriffs-Lock. Die habe ich wirklich dann teilweise echt böse verballert. Aber muss man sagen, wirklich während der Arbeit nur mal so ganz kurz so. Aber gucken wir mal hier. Man muss dazu sagen, die Miner sind auch erst auf 1. Ganz klar. Aber wie ich den Kampf halt wirklich vom Sky gesehen habe, dachte ich mir, Alter, okay, das ist ja nochmal meilenweit richtig kranker Scheiß im Gegensatz dazu. Ich droppe die ja halt wirklich nur und gucke, ja, dann haue ich da noch ein Heel drauf, haue ich noch ein Rage drauf. Und dann passt das im Normalfall. Die Helden haben sich auch viel zu lange an der Mauer aufgehalten. Da hätte ich theoretisch auch nochmal Mauerbrecher haben müssen. Aber so war das dann in dem Fall. Hier, Adler, Artillerie weg. Die reißen schon richtig was. Und wenn die halt auch dann auch im Rage sind, dann läuft das schon ganz nice. Aber, ja, das geht auf jeden Fall besser. Ganz klar, das geht auf jeden Fall besser. Ja, genau, hier hatte ich Townhall geholt und das war es dann. Aber mit einem Prozent habe ich dann keinen Two-Star mehr bekommen. Aber, ja, also war jetzt nicht das dolle Ding, auf keinen Fall. Aber so läuft das bei mir momentan mit den Minern ab, sag ich mal. Die sind, naja, man braucht sich damit nicht rühmen. So, ja, viele haben auch noch gefragt, ja, warum denn kein Queen-Walk mehr? Weil es sich einfach, ja, nicht lohnt. Also, beziehungsweise im oberen Bereich ist natürlich klar, ich müsste die ganze Zeit nach dem Townhall 9er suchen. Beziehungsweise man könnte den auch abändern, logisch. Dann wäre das vielleicht ganz nett. Aber, ja, ich finde das mit den Bowlern ist schon ziemlich geil. Und deswegen machen wir jetzt Angriff mit Bowlern. Einfach mal so. Alter, nice. Ich nehme alles zurück. Nice, geiler Scheiß. Das ist natürlich ziemlich geil. Jetzt könnte man gucken, dass man hier gleich reingeht. Und dann gleich den Inferno wegknallt. Der Single ist natürlich der Tod für meinen King. Und den würde ich dann natürlich gleich wegnehmen. Ach, kommt Leute, machen wir mal. Machen wir einfach mal so, ganz relaxed. Und zwar ein paar Bowler hierhin. Ich habe, na, zu viel Heiler würde ich noch gar nicht sagen. Weil ihr wisst ja mittlerweile, jetzt schnell hier rein, den Golem. Ihr wisst ja mittlerweile, dass die Heiler ja logischerweise die Fallen auslösen. Klar. Und deswegen ist es gar nicht verkehrt, wenn man halt wirklich nochmal zwei Heiler so hinten ran schicken kann. Das ist gar nicht so verkehrt. Hier, die haue ich jetzt nämlich hier nochmal ran. Dann gucken wir mal. Ich würde mal sagen, hier auf jeden Fall noch ein Rage. Einen richtig schönen Rage. Ja, der ist nice gewesen. Also, ich fand ihn ziemlich geil. Das ist so mein Problem. Also, so, passt. Läuft. King nochmal zusätzlich geraged. Heiler sind super dabei. Das passt. Die heilen jetzt natürlich in Golem, was semi-toll ist. Aber gut. Queen. Ability. 50%. Es hätten mehr Ressourcen sein müssen. Ja, stimmt. Ist so. Aber immerhin, Tuster, das passt. Und wie gesagt, nicht so viel ausgegeben. So viel ausgegeben ist es nicht. Und, ja, den Golem, den brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Aber komm. Ja, so viel dazu. Passiert mir immer wieder. Passiert mir immer wieder, dass ich denke, oh, die Bowler haben ja doch noch was gerissen. An der Seite. Ja, doch, das ist doch in Ordnung. Das ist natürlich ganz nett. Und schon hat man einfach mal wieder eine Mille. Einfach mal wieder eine Mille. Hm. Aber man muss halt wirklich gucken. Und es nimmt halt auch wirklich im dunklen Bereich richtig was in Anspruch. Muss man wirklich dazu sagen. Also, man soll dann schon ein bisschen was haben. Und dann ist die nächste Sache natürlich die, dann spende ich natürlich auch nur Bowler. Weil, was soll ich denn Heiler spenden? Oder? Also, wisst ihr, glaube ich, was ich meine. Hau ich zwei Heiler und jeweils zwei Mauerbrecher. Bloß beim letzten dann nur zwei Heiler. Dass ich halt wirklich acht Heiler habe. Ihr habt es gerade gesehen. Fand ich von der Verteilung gar nicht so verkehrt. Wenn halt wirklich irgendwo ein Heiler schon draufgegangen ist, dass man die noch nachsetzen kann. Das läuft ganz gut. Passt. Drei Earthquake. Klar. Und den Rest in Wut investieren. Und investiere in Wut. Dann investierst du gut. Komm. Ganz ehrlich. Da muss man natürlich gucken. Da muss man mal gucken. Muss ja gucken mit die Augen. Auch wenn es nur ein Low-Level-Account ist. Aber da kann man ja mal schnell. Schade natürlich. Man kann halt nicht weiter. Zack, 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 zack. Aber ich denke mal, das sollte hier relativ schnell abgehen. Und ja, da wird auch nicht großartig verteidigt, würde ich mal denken. Das wird einfach niedergemacht. Obwohl der Gegner halt gegen zwei Luftabwehren noch kämpfen muss. Ah, das wäre natürlich geil. Das wäre natürlich echt geil, wenn der es verkackt. Alter. Alter, das wäre geil. Holy moly. Richtig geil, wie der Drache steht. Zack, jetzt ist er weg. Klar. Aber er hat natürlich in dem Fall die Luftabwehr gut beschützt. Alter, das wird richtig eng für den Gegner. Ah, aber ist halt einfach mal ein Fünferdrache, der halt da richtig aus der CB kommt. Wir haben den Bogieturm noch. Wir haben, naja, der Magiaturm macht nicht so viel. Aber das könnte klappen. Ey, Leute, das... Ah, den darf man auch nicht vergessen. Der wird auch draußen... Hier rasiert er natürlich komplett. Logisch. Der Föhn ist noch da. Alter, geil. Ich weiß nicht. Ich habe nicht darauf aufgepasst, wie viel Power der äußere Drache noch hat. Echt, das ist halt das Problem. Yo, nice, Alter, nice. Alter, er kriegt gut aufs Maul. Jetzt... Tesla fängt auch schon an. Sehr geil. Und jetzt, wenn der halt echt... Ich meine, in zwei Sterne immerhin, klar. Aber ganz ehrlich, dem rennt die Zeit auch davon. Das schafft er nicht mehr. Das schafft er nicht mehr in einer Minute. Das ist natürlich cool. Das ist schön. Das finden wir alle toll. Weil dann haben die natürlich schon wieder einen Low-Account, beziehungsweise einen Low-Fight, den sie halt schon mal nicht gleich gewonnen haben. Und die müssen ja sitzen, klar. Das ist natürlich geil. So, jetzt wird es interessant. Wie viel hat er? Ja, der ist noch voll. Aber die Zeit... Das schafft er nicht. Das Lager, da braucht er eine ganze Weile für? Nee, das schafft er nicht. Und jetzt kommt zusätzlich... Zusätzlich... Ja, sehr geil, dass er nicht auf den Magiaturm erst gegangen ist. Dann wird er jetzt logischerweise im Magiaturm anfangen. Dann aber Tesla und Magiaturm. Die werden aber nicht standhalten können. Aber die Zeit rennt weg. Jo. Das passt auf jeden Fall. Cooles Ding. Das ist schön. Das hält auf. Das hält auf jeden Fall auf. Dann kann halt der Nächste... Ich sage jetzt mal, dann probiert es der Achter nochmal. Macht ihn dann erst auf 3. Das ist schon cool. Das ist auf jeden Fall nice. Der wird sich richtig, richtig hart ärgern. Pech gehabt. Cooles Ding. Schön. Wie sieht es momentan aus? 4,8 passt. Und 11,6. Also sind wir ganz leicht im Voraus. Aber ich muss auch sagen, im Voraus müssen wir mal gucken, was im oberen Bereich ist. Hier haben wir nämlich schon einen 3-Star. Den haben die nicht. Und das passt schon mal. Somit sind wir schon mal besser aufgestellt auf jeden Fall. Weil auch vollkommen richtig. Erst mal das obere geguckt. Und dann den Abfall unten später wegratzen. Passt. Ja, bin wenig am Spielen, sage ich mal. Weil ich wirklich mir so ein bisschen halt die Zeit so ein bisschen einteilen möchte. Aber wie gesagt, ich dachte mir halt auch, ey komm. Ein Video muss halt einfach auch nochmal für euch sein. Ganz klar, dass ihr seht. Oh ja, hier ist halt eben auch COC-mäßig wieder dabei, dass das passt. Mit meinem zweiten Count, den habe ich noch gar nicht wieder reaktiviert, sage ich mal. Aber wie gesagt, den ersten haben wir hier gut am Start. Und eben auch immer an der Mache, sage ich mal. Guckt mal hier. Wir haben hier die Tesla. Dann bin ich Tesla-mäßig komplett maxed. Das passt. Wir hätten hier als nächstes, was ganz nice wäre, auf jeden Fall den Expo. Noch maxen auf vier. Das wäre ziemlich cool. Wir haben hier noch den Minenwerfer. Wir haben noch die gesamten Kanonen. Also es ist noch richtig, richtig Arbeit auf jeden Fall. Das ist noch nicht so, ach naja gut, okay, passt schon. Ist schon alles okay. Aber das läuft an sich. Jetzt könnte man, mir wurde die Luftbombe empfohlen. Könnte man machen für 200.000. Mal gucken für, ja klar, 12 Stunden. Was würde ich in der Zeit machen? Klar, ballern wir weg. Dann haben wir da wieder was. Und dann kann man die Zeit wieder einwandfrei nutzen. Ja, wie gesagt, vielleicht wirklich nochmal mit den Minern ein bisschen. Weil ich halt wirklich merke mit den Bowlern, das ist geil. Das ist wirklich cool. Aber halt das Dunkle. Und man will ja auch irgendwann mal die Hellen weitermachen. Das mit den Dunklen, das ist schon so eine Sache. Also klar, man könnte jetzt noch höher gehen. Sagen, gut, okay, komm hier. Wir gehen jetzt auf Ach und Krach hoch. Titan wäre natürlich auch schon ziemlich nice. Aber wie gesagt, dann steckt man wieder so viel Zeit rein. Und das möchte ich eigentlich nicht, nicht so krass. Aber das seht ihr beim nächsten Mal. Jetzt gibt es wieder eine Pause. Also ich sage mal, wieder so 2, 3 Tage vom Rhythmus her. Denke ich mal. Und dann sollte das cool sein. Und dann wieder so ein bisschen Pokémon Go und eben auch CoC. Dass das passt. Jetzt wisst ihr erstmal wieder, es gibt mich noch, ich lebe noch. Und ihr haut bitte rein. Bis dann. Ciao, ciao.